Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und ich bin ultra-hyped, dass ich für euch super Leute, für meine lieben Abonnenten endlich mal wieder ein Video machen darf. Ich bin so ultra glücklich, dass ihr alle da wart, dass ihr alle da seid. Ich mach danach noch ein Giveaway, ich mach bei der Millionärswahl mit, bei der Millionärswahl mache ich mit, ja. Und das, um euch zu überzeugen, dass ich derjenige bin, der die Million gewinnen muss, nehm ich einfach ein Video von außen auf, wie ich mir von meinem Klo in den Arsch spritzen lasse. Jawohl, nice in your face, oh, so hyped, oh, ist das geil alles, ja. Nee, gar nicht. Leute, ich hab seit einer Woche keine Videos gemacht, ich weiß, ich hab keinen Bock, gerade Videos zu machen. Ihr kennt das wahrscheinlich, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehabt. Man hat manchmal so eine Phase, hat man Bock auf nix, wirklich einfach auf gar nix. Das hab ich gerade, das hab ich schon mal, also hab ich manchmal und ich hab einfach echt keinen Bock, irgendwas zu machen. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll aktuell, ja. Ich mach gar nichts einfach. Einfach wirklich gar nichts. Keine Videos, aber das Schöne daran ist, ähm, die letzten drei Mal oder so, wo ich ein Video dazu gemacht hab, dass ich keinen Bock mehr hab, hat's dann keine zwei Tage gedauert, da hatte ich wieder Bock. Also es ist auf keinen Fall irgendwie Dauerzustand, aber so sieht's halt aktuell grad mal aus. Ich hab grad keinen Bock, aber es wird wahrscheinlich nicht so lange dauern. Ja, nur dass ihr Bescheid wisst. Und natürlich mach ich nicht bei der Millionärswahl mit und fotografier auch nicht, wie ich mir mit dem Klo in den Arsch spritzen lasse. Das dachte ich mir nur als ganz gutes Intro zu der ganzen Sache. Egal, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.